Google hat Mitte 2020 noch einen kleinen weiteren zusätzlichen Bereich veröffentlicht, aktuelle Produkttrends im Einzelhandel. Und das ist ganz interessant, hier werden nämlich tatsächlich Bedürfnisse und Verhaltensweisen dargestellt und wie sich das ändert, welche Richtung das geht und das ist natürlich interessant. Das einzige Problem dahinter, das steht hier ja auch schon, die Daten werden täglich aktualisiert und das führt natürlich dazu, dass ihr das selber wirklich regelmäßig reingucken könnt. Man findet halt leider aktuell noch keine Zeit rein. Ja, wie kommt man dahin? Finde ich ganz wichtig, ist nämlich nicht so leicht zu finden. Think with Google, aber das bringt es noch nicht. Ihr müsst dann Top-Trend-Kategorien eingeben und dann diesen Link klicken oder halt den Link eingeben, den ich hier schon direkt einmal zeige. Ja, und dann ist das ganze Thema natürlich relativ spannend. Ihr könnt einen Land, einen Zeitraum auswählen, wöchentlich, monatlich oder Jahr. Seht direkt die Daten, auch die stärksten steigenden Suchanfragen zum jeweiligen Thema, was ihr ausgewählt habt und könnt dann sogar in eine regionale Länderverteilung gehen. Ja, und da kann man dann natürlich mutmaßen, ob es am Einkommensverhältnis liegt, ob es an den Grundtemperaturen dann jeweils liegt oder woran auch immer. In live sieht das dann so aus, die Seite hier jetzt mal schon auf Jahr eingestellt. Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeiten, das zu ändern oder hier die Länder auszuwählen oder das eine Land und wir sehen halt Steuerelemente für Sprinkleranlagen. Ist ein Ausreißer, das heißt, da muss aktuell wirklich richtig was los sein. Und wir haben hier, dann Worte dafür, Bewässerungscomputer, Wasserverteiler, Motor Control, Bodenfeucht, Feuchtesensor, Bewässerungssteuerung. Ja, und das ist natürlich Regensensor sehr, sehr gut. Dazu kriegen wir dann das relative Suchvolumen, je nach Land und Bereich. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie bei dem Thema Terrassenstrahler. Also irgendwas scheint da in Nordrhein-Westfalen los zu sein. Und hier gibt es dann sowas wie Google Trends, was wir ja schon angesprochen haben. Man kann dann hier also draufgehen und Hula-Hub-Reifen, Powerhub, Hula-Hub mit verschiedenen Gewichten. Die werden scheinbar aktuell wirklich für Fitness und Diät und nicht mehr für Kinder benutzt. Und ihr seht schon, ihr könnt da nochmal gut durchscrollen und findet eigentlich immer Themen. Wenn man es dann etwas runterbricht, was ist die Nudelmaschine? Ja, scheinbar ist da eine gute Marke dabei. Hier ist es natürlich schwer, außer dem Pastamaker, der Pastamaschine noch was zu finden. Und es sind dann hier wieder Nordrhein-Westfalen und die Bayern. Und ich kann es nur empfehlen, weil hier sehen wir es recht gut. Regenanzüge, Regenbekleidung, Regenanzug, Regenoverall, Matschanzug, Matschanzug. Regenkombi, Matschanzug ist wieder dabei. Und das sind nochmal Synonymbereiche, die ihr so einfach nicht irgendwo anders bekommt. Wahrscheinlich regnet es hier schlicht am meisten. Auch hier könnt ihr noch durchscrollen, könnt einfach klicken, machen, was ihr wollt. Ich persönlich finde es extremst gut. Einfach, weil es eine Tiefe mit sich bringt, die an Synonymen schwer zu übertreffen ist. Aus dem Google-Bereich finde ich sehr, sehr gut. Gönnt euch da ein bisschen Zeit, da immer mal regelmäßig reinzugucken. Vielleicht findet ihr ein paar Bereiche, mit denen ihr arbeiten könnt. Wie gesagt, man kann hier einfach wunderbar draufdrücken und dann weitermachen. Abreitdecken, wer es nicht kennt von Pferden und auch da finden wir schon wieder ganz viele andere Worte dafür. Das soll es gewesen sein.